Jetzt geht's. Danke. So, damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Wenn ihr meine Reaktion gerade gehört habt, ich musste gerade viermal auf Aufnahme starten drücken, bis das mal funktioniert hat. Klappenheim, Alter. Nächstes, wir haben was Neues, was wir bauen können. Führt auch auf eine super Seite. Was denn? Jetzt findest du das jetzt nicht gut. Ich brauchst du eine Dach. Jetzt ist es zu spät, jetzt müssen wir was bauen. Ja. Hast du was, auf die Seite auszusetzen? Ich gucke zwei Sekunden in diese Richtung, um nochmal zu überlegen, ob das gut war. Rechts neben mir. Aber holzt den Baum nicht in der Butze weg. Das wäre nicht so gut. Weil das halt voll schön aussieht, neben dem Balkon. Der Baum. Balkon? Ja, neben dem Balkon sieht gut aus. Das ist gut, dass wir brauchen nur zehn Baumstämme und ich sollte dafür den Baum mitnehmen, weil dann haben wir es schneller fertig. Ja, ja, ja. Können wir das von einer Seite bauen oder müssen wir von beiden Seiten bauen? Ich glaube, wir können von einer. Ich hoffe es. So, ich trinke mal ganz kurz was und dann komme ich für Miet. Der Ring kam bei mir aber gerade immer noch richtig spätzig. Und ich muss warten, nicht zu trinken. Ist denn leer? Ich glaube es ist Regen, aber in der Himmel sind keine Wolken, beziehungsweise kaum. Ja, ist logisch. Dann ist das gar kein Regen. Gott, mach pipi. Dir ist kalt und du bist nass. Ein Feuer. Bau ein Feuer. Um dich zu wärmen. Du hast Hunger, finde, etwas zu essen. Dann isst du was. Du bist zu fett. Das schweckt man. So trickst dich der menschliche Körper aus. Übrigens, ich habe heute in dieses Internet etwas herausgefunden. Was wir neutral am rechten Mund haben. Nein. Oh nein. Warum? Die Theorie des Internetes ist kaputt. Da kam eine Menge. Jeder Junge hat am rechten Unterarm Muttermal. Nee, nicht so. Ich habe am rechten, am rechten Oberarm. Und da habe ich einen. Wir haben schon eine Baumstämme. Alle Leute, alle Leute haben am rechten Oberarm ein. So, jetzt habe ich es. Ups, kalt. Ich verstehe gar nicht, warum es kalt ist. Ich glaube, das liegt nicht am Baden. So, Wagen ist voll. Die zwei Stämme trage ich jetzt trotzdem noch hinterher. Beziehungsweise nein. Ach, okay, dann gehen wir mit den Warn. Ich wollte es eigentlich nicht fahren. Down from Tokyo! Down from Tokyo! And now we drift, drift, drift. Warum ist mir kalt und dir nicht? Mir ist auch kalt. Ist dir auch eisekalt. Da fielst du wegen dem Eis drumherum. Also ich gefrier. Hab fast gefrier, Brand. Dafür war ich auch gleich ein Ding. Hast du dir den geholt bei Julian Brand? Hey, da unten ist jemand. Wir sollten dann lieber erst mal noch nicht hingehen zu unserer Bahn. Ich geh erstmal rein. Ich geh ans Feuer. Einmal zur Popper. Ich hab das Feuer raus, das dir noch gemacht. Ich war das nicht. Das war ein magischer Einzelmännchen. So wie ich das sehe, gibt es drei Möglichkeiten. Option 1, du warst es. Nummer 2, du warst es. Und die dritte, du warst es. Ich war's nicht. Verbrenn dich nicht, Kleine. Keine Sorge, bin nicht Kevin. Ich muss auf ihn raus. Verbrenn dich nicht. Ich war's nicht. Ich bin zwei Sekunden rausgegangen. Die ist kalt. Wir haben hier an einem Feuer. Ja. Ja, knapp da unten. Ja, ist gut. Keine mag dich. Er auf die Nachbar zu beleidigen. Der kommt her. Ja, wir können von der Seite machen. Der hat das irgendwie zu ernst genommen, die Beleidigung. Das war nicht so gemeint. Ich bin drin. Ich komme nicht durch die Tür. Ich glaube, es ist ein bisschen straight an der Tür vorbei. Sie gehen ins Feuer. Denn die ist kalt. Du musst dich wärmen. Warum schreib das Spiel nicht dahin? Wir haben keine Lust, dass du gerade Fortschritt machst. Du musst dich wärmen. Naja, dann wären sie mindestens ehrlich. So. Einmal in ihrem Leben. Beep, 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 be- Beep, 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 be- Du wirst verfolgen. Nein, ich werd verfolgt. 2 dran und dann fahren wir rüber er hält es mit einer hand fest das habe ich jetzt noch nicht durchdacht also ich hab ne idee er baut jetzt ein seil rutschen zurück das geht ja nicht du kannst ja nicht hochrutschen vogel ich will sehen dass du hochrutscht ja die so übernatürlich wir bauen eine treppe platzieren dann die seien rutscht er schwimmt ja brutal das natürlich jetzt eine krasse erfindung schwimmen ja ja ich platziere gerade noch was das war dann nicht immer schön ich gebe den schwimmer haken ich hoffe rufen wird niemals das video sehen hinter dir ist gerade etwas lang gelaufen was denn ist alles drin ich das ist ein hase länder ist eben gerade noch was anderes vorbeigelaufen ein loich zeigt mir dass es ein loich war nein war es nicht loich ich habe gesagt nein war es nicht bist du dabei jetzt bist du jetzt dabei oder nicht so die hunde 18 baustelle kriegen wir mit taggettensäge ok gut ich habe es gewischt ich habe es gewischt die hausgagen möchte sie einen großen ausgucken haben oder einen kleinen ausgucken 1 cm reicht ok 1 cm aber ein kleiner reicht dir ja okay ich kann meine baumstimme warte uns gleich das ist eine dezente größe oder findest du das zu groß ich weiß auch nicht wie die baumstämme auf einmal so lang geworden sind aber okay die waren die ganze zeit so lang hallo ja klar natürlich hier gucken wir mal den baumstämmern und vergleichen mit denen die sind gleich dank hallo zwei baumstämme die zu drei werden normal ja ich habe keinen unterschied vor allem drei baumstämme platziert vier hängen da ja das macht viel weniger sind du nimmst den wägelchen mit was hast du du nimmst das wägelchen mit wenn du die falle auslässt solltest du vielleicht auch mal ne also so wieder auf was machst du da hab ich doch aber da war alle zwei minuten wieder was drin ich esse noch kurz was dein nudelauflauf wo zweimal lauf drin ist kannst du später essen ich habe einen hasen gegessen ja das will ich sehen dass du ein kanickel isst ja da hat man kann man doch gerade siehst den wiu nein da hinten wird viele fischer und einen großen werden es tauchen ich sag ja die können auch Fußschreibe das wäre die ehrlichste werbung ich weiß wie sich diese aussage gerade angebot hat hier ist halt keine replika SOS idiotenalarm schiebt die Stäbe raus, passt gut aus ein idiot der sitzt oben drauf timbaa wir bleiben beim original wir bleiben beim original timbaa also ich mach das Ding ich glaub ich hab das Bambi getötet NEEIN BAMBI NEEIN danke fürs Geld ich hab ein geschenk für dich mein Wagen ist voll ich hab nix hey hey nein das Bambi da komm voll krass runter runter da runter da runter da runter da trau dich trau dich Loser 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 Idee ich bin unten gut der Wagen rutscht nicht von alleine ich bin unten ich bin unten da ist mit dem Wagen nicht mal schaden ja nice das geht doch so wo ist schon mal es wird schalten ich hab noch eine harte Angelegenheit die Stühle fertig das Ding ist mit ein knochiges Abenteuer brain head wie ein Röger brain head wie ein Röger brain head wie ein welcher Idiot hat den Wagen eigentlich hier drinnen geparkt wo ich klar natürlich ja jetzt bin ich es gewesen ist ok ist ok ich bin mir sicher dass mehr als elf Baumstämme die hier dran sind du verkrämst das wir hätten uns weniger Arbeit machen können wenn sie schon sagen dass das so viele Baumstämme seien äh wenn das schon so viele Baumstämme sein sollen sonst ist es bitte auch so viele ne dann können sie auch gleich alle da hin klatschen ich bin sicher ein Baumstamm so ist so in wir laufen jetzt die gegen wir laufen aber keine Ahnung was Da wo ich bin, verletzt vorhin mich hellen, da kann ich sowas verlassen. Es sah bei mir so aus, als hättest du ihn mitgenommen. Ich kann es immer wieder nur sehen, SOS-Idioten-Alarm. Ja, was denn bei mir saß du aus, als würde da nur noch einer stehen. Warum schreist du mich denn jetzt gleich an, Alter? Was habe ich dir getan? Ist okay. Entschuldigung, dann rennen wir halt jetzt so in diesem Let's Play miteinander. Ja, okay, gut. Habe ich auch nichts gegen. Ja, mach doch mehr Spaß. Was machst du so in deiner Freizeit? Mach doch mehr Spaß, muss ich schon sagen. Ja, was machst du so in deiner Freizeit, hä? Auch ein bisschen mit Boris spielen. Ah, okay, mit wem? Mit irgend so nem Typen, der die ganze Zeit keine Mutanten bekämpfen will. Ja, weil du hetzlich bist, was? Und das nächste Mal damit Megafon. Das hat jetzt absolut sinnvolles passiert. Meine Kummer ist letztes drauf. Nicht daheim. Weil ich auch was getan haben will. Hey, eigentlich hättest du sehen müssen, was ich platziert hab. Alter, was hast du denn da? Da hast du deinen Bürerschein auf Wish bestellt. Alter, hallo, hallo! Du kommst da nicht rein, verpiss dich doch! Oh, Junge! Alter, ein Kiss! Verweck, Mann! Oh, ich bin drin! Der Idiot, Alter! Der Idiot, Alter! Du Worte! Geil! Spacko! Alter, seid froh, dass PvP-Schaden aus ist. Ich will dich so umbringen jetzt! Nicht den Molotov abwerfen. Warum steh ich mir jetzt vor, wenn der Dynamitstange in den Wagen fügt? Es sind nur noch 14, 13, 12, also ein ganzer Wagen müssen wir noch holen. Ein ganzer Wagen, ich schwöre. Ja, okay, doch nicht. Was ist für ein Wagenantrieb? Das ist sinnvoll! Jetzt hier tust du die Steine trotzdem, ne? Natürlich. Wenn's schon da ist, ne, wozu abreißen. Ja, wenn's schon mal da ist, kann man's auch bauen. Der denkt sich auch, Hashtag Folge 5. Hashtag 10 Minuten Verwerbung schalten. Nein, du brauchst nur 8. Achso. Hashtag 8 Minuten. Ich glaub, da sind wir drüber, ganz klar. Let's try die Hexe erstochen. Keine Hexe! Du würdest seinen richtigen Namen nicht, also komm, hast du's nicht verdient. Was ist ein Leguan? Was ist ein Leguan? Was ist ein Leguan? Was ist das? Ausgehebelt! Die Hände ist durch meinen Wagen gelaufen. Und hat mich damit blockiert. Wenn sie dich blockiert haben, hat sie dich nicht ausgehebelt. Wenn sie dich blockiert haben, dann hat sie dich nicht ausgehebelt. wir haben hier den stamm aus hand klaut das ist ein fakebaum gut das ist kein fakebaum ich will ein baum es fällt was nichts man kann nie genug von der typ hat einfach den wagen losgelassen ich war mir sicher springt einfach runter kriegt sie keinen schaden ja das ist ein wagen los ich könnte ja noch mal sagen dass du den kothaufen bist stein auf er fängt da sonst was an die erleuchtung gefunden hat stelle weiß interessiert das unter diesen stein spinnen sind die spinnen doch ne ich hatte den witz irgendwie gerade im kopf aber ich wusste nicht wie ich ihn rumdrehen soll was spinnen die denn eigentlich ihr netz verflixt und zugespillen die 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 ich dachte ich möchte machen ja dann gehst du außen rum ich wollte versehen abzukürzen du bist selbst im spiel zu faul zum laufen im spiel im spiel was denn nur welchen abkürzung nehmen wollte weil der weg zu weit ist im spiel ja er frisst trotzdem zeit das ist wichtige lebenszeit die dabei verloren geht ich unterhalte mich mit dir das ist wichtige lebenszeit die davon geht ja die ist sinnvoll genutzt die ist nicht sinnvoll genutzt definitiv nicht dafür sollten wir den sinn des lebens noch mal reden miteinander ich mache jetzt diesen baum hier kurz neben dem haus weg da wächst ja eh wieder der hat bei mir ja nicht nur bei dir ich musste noch den und jetzt haben wir baumstamm auf ausgucken siehst du selbst die flasche hat keinen bock mehr auf den witz der selbst sie hat sich gedacht da bin ich raus ich glaube die wurde in irgendeiner form von einer katze berührt aber ich weiß nicht wie nein kommst du da drauf kann auch sein dass sie nicht von dieser katze berührt wurde weil die katze eigentlich nicht mal da hätte rankommen dürfen das war geil wir können das ss ding dann von unserem balkon ich hab gut platziert ja wir müssen jetzt ss zeichen machen weil dann kommt flugzeug dann kommt flugzeug und dann also landen und retten du sicher absolut sicher ja dann wir machen wir müssen dann auf dem balkon warten so mit tee oder kaffee was du magst die nehmen kaffee und dann und dann und dann du machen und dann so im balkon warum stelle ich mir vor wie wir auf dem balkon auf so einem stuhl sitzen dann flugzeug kommt und einfach so von oben runter guckt was machen die da und wir haben das ist jetzt im balkon ich hoffe das gras verschwindet aber noch sonst sieht es doof aus das verschwindet nicht flasch funktioniert trotzdem in irgendeiner form du bleibst verstehen ich will gucken doch bleiben wir anders stehen du machst russen hocke der bleibt da doch nicht stehen das ist gut für unseren stuhl russen hocke hinter dir boah gib ihm schille ich feuer dich an boah alter hey was denn ich hab so gesagt ich feuer dich an da rennt er auch gleich weg ich hab ja so ein problem jetzt ich hab nicht getroffen wo ist er denn da hinten ist er ich will so eine knochen warum leuchtet meine hand keine ahnung farbe ich will auch seine knochen wir können den ersten wie hat der da am arsch hing einfach schwimmen einfach schwimmen einfach schwimmen 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 bei mir liegt der schön breitbeinig auf dem feuer ich will gucken geil geh mal bitte kurz raus geh mal kurz raus ja das will ich mir gar nicht angucken ich bin fertig du kannst ich hab keine knochen ich hab keine knochen ich hab keine knochen ich bin nicht kefir oh ich bin hotter boy der liegt auf dem Boden er ist tot er liegt auf dem Boden er ist tot ich denk doch wir werden ganz hotter nein 27 von 31 blinkt es doch schon wieder es ist ein modernes angeln was ich hier zu betreiben mit dem neue der langen wege aber nichts zu tun haben jetzt mit der kettensäkung oder was ja ich habe da sogar eingekriegt und jetzt sitze ich mich hier noch ein bisschen und balkon ab zum balkon das ist ja weil du ja unbedingt ein anfangen muss ist ja und dann beide seiten da draußen immer diese nachbarn gleich gibt es anzeige wegen ruhestörungen ist nach 22 uhr das geräusch wird so perfekt gepasst so anzeige ist raus das war jetzt zuviel ruhestörungen es war ein sehr wütendes männchen ein sehr wütendes ich sehe das wütende menschen außer hier ist noch ein anderes wütendes menschen von dem du noch nichts gesagt hast nee 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 ich hab grad eine leiche gezogen ja noch lebe ich ja noch lebe ich warum blinkt es bei dir eigentlich schon wieder ich hab nicht mal alles ausgerüstet wo ist er denn da ist er in der spitze meines sperrns weil ich will seine rüstung haben ey ich hab ihn zugehauen ich glaub er ist tot aber ich auch ja ich auch so und dann ist es der erste neustart den wir machen müssen zweite elf tage hab ich überlegt toll wir haben uns alle drei gegenseitig geduldet aber ich würde sagen war der beste start such doch mal hier tabletten und sowas zusammen wieder so könntest du bitte hinten durchgehen könntest du bitte durchgehen alter alter guck mich mal bitte an 3 ein f Geschäft c fr 10 Away jetzt die das keine auch es läst hier Come die steht noch das gute ist im normalfall sollten wir die mutanten rüstung trotzdem bekommen wir haben ihn ja getötet also wenn ich dann bringe ich den entwickler um nein der den mutanten entwickelt um uns umzubringen ach so dann habe ich den attentäter umgebracht sorry aber sehen sie es mal positiv sie müssen kein gehalt mehr bezahlen ja ich bin jetzt mal warten eigentlich habe ich diese antäter perfekt seinen job gemacht er muss nicht mehr bezahlt werden und er hat uns umgebracht besser geht es für den auftraggeber nicht warum willst du hier ja macht mehr sinn unten lang zu gehen auch gemerkt ich wollte was neues versuchen wohl die energie wohl die energie wohl die energie der kriegt mich niemals vielleicht kriegst du es doch ne hier ist kalt finde warmes feuer finde warmes feuer ja ehrlich genug was machst du da eigentlich für eine springeskapade baum stamm zu baum stamm wer hier was und wo ist die rüstung bei mir ist hier nicht mal mehr ein rucksack mir wird nicht mal eine leiche angezeigt dann gehen wir mal kurz pennen ja aber erst mal wenn ich mich ganz kurz aufwärmen da bin ich dabei das ist prima wie war kolonia ich bin noch nicht warm jetzt bin ich erst wieder warm oh jetzt bist du jetzt bist du bereit im selben bed zu schlafen mit mir warte mal guck mich mal an ja du bist ziemlich groß warum timmy genau so aussieht weißt du nicht wie ich meine mein erster gedanke ging jetzt an timmy turner das ist mir jetzt noch keine leiche warum ist sie keine leiche was soll dieser mist Sir? 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 Hallo, verwirrt Aksmann! Sir? Haben Sie mein Haben Sie mein Söhne Söhne gesehen? Haben Sie meinen Söhne gesehen? Haben Sie mein Söhne gesehen? Ich glaube, meine Leuchte ist in irgendeinem Stein Haben Sie mein Söhne gesehen? Sir? Sir? Hast du überhaupt schon mal nachgeguckt, ob du vielleicht nicht sogar die Sache schon hast? Nein, habe ich nicht Habe ich gerade geguckt Sogar nicht Habe ich wohl Habe ich wohl Hast du gar nicht Habe ich wohl Habe ich doch Ich hab nie ein Eiken über deinen Namen gelegt Mach doch, dann siehst du's Das ist mir schon mal ein gelogen, so hässlicher Bengel, das weiß ich Guck doch einfach nach Habe ich doch schon Ich hab meine Sachen gefunden Toll, nicht mal mehr die Karte ist ausgefüllt Danke dafür spielen Ja, wir sind ja auf ein neues Leben Hey, meine ist schon Ja, wird's normalerweise wieder resettet, sobald du deine Sachen wieder bekommst Das ist ein Stein, den will ich nicht Warte mal Seit wann habe ich das Katana Seit wann habe ich das Katana? Ihr habt das Katana? Hä, seit wann? Ich hab keine Ahnung Jetzt bekommt er noch Sachen geschenkt Jetzt bekommt er noch Sachen geschenkt Leicht Du standst im Weg Arikido 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 Jo Ni cé Arikido Er ist gar nichts drin Jo, der Wind geht beim j sost Arikido äh, hab ich schon überall geguckt, ist nix mit wann hab ich das katana? ist halt jetzt du hast keine Sachen scheiß Bock ja genau, natürlich ich tu dir was zu essen drauf, ne? ich hab grad schon Beeren gegessen jetzt hab ich hier einen Fisch drauf getan, du isst diesen Fisch hier esse ihn und liebe ihn liebe ihn weil das ein Arigato-Fisch ist das hieß Fisch Sam denkst du mit auf der X-Taste hämmern findest du deinen Rucksack? ne, ich hab eher eins gedrückt und das im Teetsbuch durchgescrollt weil er mir da irgendwas angezeigt hat Fisch ist fertig wenn ich auf der X-Taste rumhämmer, hört sich das so an hallo dein Fisch ist fertig dein Fisch ist fertig nicht mal dich schlagen kann auch nicht mal die Tür zu so wir haben jetzt einen Ausguck gebaut wir haben eine Seilrutsche gebaut und du hast deine Sachen verloren ich würde sagen, das war eine erfolgreiche Folge, ne? nein warum? eigentlich hätten wir noch Mutanten-Note gehabt aber wir haben ja so gesehen einen Triple-Kill an uns gemacht und deine Sachen verloren warte mal, dann hast du auch keinen du hast nicht mal nea över du hast nicht mal mehr eine Kittensäge und stein mit steinig und schwer das ist jetzt keine hand ich weiß was ich mache ich schieb weggeschinnt ich glaube wir versuchen ab der nächsten folge mal wieder mit denen der story voranzukommen oder bis auf den punkt dass ich in der höhe wird wahrscheinlich ich habe nicht mal mehr spiel kann man sich machen zwei holzstöcke ich habe auch kein dynamite das ist das schlimmste nein das schlimmste ist was ich hier mache dass du das nicht mehr kannst ich habe auch noch drei bomben hatte ich auch noch ja bomben stimmung bei dir jetzt nicht mehr so jetzt noch bei dir ich kann was was du nicht kann aber ich bin erst mal die folge wenn euch die folge gefallen hat lasst mir mal gerne gleich oder sind eure gott nein der blöde stein schau doch bei freemigos vorbei die sind wir in meiner beschreibung verlinkt und dann sage ich tschau tschau und bis dann tschüss 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 tschüss